Patrick Gehring, wie erleichtert ist man nach diesem Sieg? Endlich. War es so weit? Ja, sehr. Ich glaube, es war wichtig, dass wir wieder mal gewinnen konnten. Es waren ein paar toffe Niederlagen darunter, die wir eingeschleckt haben. Heute haben wir ein hohes Club auch wieder schwer gemacht. Im zweiten Drittel habe ich das Gefühl. Wenn wir so spielen würden wie beim ersten Drittel, wäre es vielleicht nicht so ein Arbeitssieg. Aber ich glaube, schlussendlich ist es wichtig, wie wir zurückgekommen sind. Im dritten Drittel haben wir schöne Einzelaktionen von Dean Cookhahn. Und jetzt müssen wir weitermachen. Sie haben ja schon so viel Erfahrung in dieser Liga. Sie haben auch schon die eine oder andere Serie mitgemacht. Positiv wie wahrscheinlich auch negativ. Spielt es da überhaupt in so einer Phase eine Rolle, wie man es geschafft hat? Ist man einfach wirklich froh, dass die Serie, die Negativspirale, mal vorbei ist in erster Linie? Ja, sicher. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach diese Punkte sammelt. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Wir brauchen die Bohnen unbedingt. Und jetzt müssen wir schauen, dass es weitergeht. Es ist nicht so, dass wir jetzt einfach einen Sieg eingefahren haben und jetzt aufhören wollen. Eben zwei Tage steht ein wichtiges Turbys zu Hause an. Und dann können wir gleich am Freitag nochmal bei Ihnen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir schlussendlich, egal wie einfach die Bohnen holen können. Danke vielmals. Merci vielmals.